Im heutigen Uwex X-Showcase darf ich euch ein absolutes Produkt-Highlight innerhalb unserer Uwex 3 Produktfamilie vorstellen, den Uwex 3 MagSoul. Mein Name ist Stefan und als internationaler Produktmanager innerhalb der Uwex Safety Group durfte ich die Produktentwicklung der Uwex 3 Serie mit begleiten. Der Uwex 3 MagSoul ist unser Highlight-Produkt für schwere Anwendungen. Er ist der perfekte Begleiter für anspruchsvolle Arbeiten, beispielsweise in der verarbeitenden Industrie, im Hoch- und Tiefbau oder im Garten- und Landschaftsbau, sozusagen die Champions League innerhalb der unterschiedlichen Anwendungsbereiche. In diesen Bereichen schützen Sicherheitsschuhe ihre TrägerInnen gegen ein Maximum an thermischen und mechanischen Einflüssen. Mit der Uwex Waterstop-Technologie haben wir ein speziell gegerbtes Leder entwickelt, welches die TrägerInnen viermal länger gegen Wasserdurchtritt schützt, als es die europäische Norm erfordert. Neben der Glasfaser-verstärkten Kunststoffkappe und der integrierten Durchtritthemmung macht unsere patentierte MagSoul Gummilaufsohle den Schuh noch robuster. Die nachhaltige Gummirezeptur besteht aus bis zu 30% Rezyklat. Die besondere geometrische Struktur der Sohle zwischen den Profilblöcken ermöglicht uns, Rohmaterial einzusparen und damit zusätzlich 10% ihres Gewichts zu reduzieren. Die Laufsohle ist besonders Hitze-, Chemikalien- und Schnittbeständig. Außerdem überzeugt die Sohlentechnologie auch bei extremer Kälte mit exzellenter Rutschhemmung und ist extrem abriebsfest. Neben vollumfänglichem Schutz und Funktionalität haben wir uns bei der Entwicklung der Uwex 3-Serie insbesondere auf die Themen Antiermüdung, maximalen Komfort und Leichtigkeit fokussiert. Das innovative Uwex iPure Energy Zwischensohlenmaterial definiert Dämpfung sowie Energierückgabe neu und wirkt damit antiermüdend. Im oberen Schaftbereich ist der Uwex Lace Lock verbaut, ein spezieller Schnürhaken, welcher beim Schnüren arretiert und somit den Gelenkbereich stabilisiert und Umknicken verhindert. Gegen schmerzhafte Stoßeinwirkungen im Knöchelbereich schützt zusätzlich der Uwex Enkel Pro Schaum, den wir innerhalb des Kragenabschnitts verbaut haben. Ihr seht also, der Uwex 3 Max Soul bietet vollumfänglichen Schutz und unterstützt euch bei all euren Tätigkeiten.